Herzlich Willkommen im Arten-Zirkus-Podcast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig und so sehr, dass du heute hier bist, denn die heutige Folge ist tatsächlich ein bisschen privater, würde ich mal behaupten, denn ich spreche mit dir ja über die fünf Eigenschaften an mir, die vermutlich vorherbestimmt haben, dass ich eines Tages mit Affen arbeiten werde, denn je länger ich mit diesen Tieren arbeite, je länger ich mit Primaten arbeite, desto mehr spüre ich einfach, dass mein Herz vermutlich das eines Affen ist, denn all meine Charaktereigenschaften, sowohl die positiven als auch die kleinen Laster, sind wirklich eins zu eins identisch mit dem, was ich vor Ort immer vorfinde. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist, wenn du einschaltest und du kannst auch in einem in dieser Folge testen, ob so ein bisschen Affe in dir steckt und ja, mir super gerne auch danach auf Instagram schreiben mit michiswildlife, wie viele der fünf Affeneigenschaften du affelst, denn ich bin fünf von fünf, ich bin ein vollkommener Affe. Ob das so gut ist, ist mal dahingestellt, aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich viel Spaß an meinem Job als Primatologin habe und an meiner Tierschutzorganisation und dass ich mich zwischen den Primaten einfach pudelwohl fühle. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Ich dachte, dass ich mit den weniger schönen Sachen anfange, mit den negativen Eigenschaften in Anführungszeichen. Ich habe nämlich mal gehört oder ich habe in der Schule gelernt, als wir Pro-Contra-Erörterungen geschrieben haben, dass das, was man zuletzt hört, einem immer besser im Gedächtnis bleibt und deswegen fange ich mit den weniger schönen Eigenschaften an und pürche mich dann zu den schönen Eigenschaften rüber, sodass die am Ende natürlich nur meine tollen Eigenschaften im Gedächtnis bleiben. Und die erste Sache, die mich auf jeden Fall zu einem Affen macht, ist, dass ich futterneidig bin. Und ja, wie futterneidig ich bin, da müsstet ihr mal den Marc fragen. Also in der Regel ist es eigentlich ganz okay. Ich teile alles gerne, was mir nicht gut schmeckt. Aber alles, was ich liebe und Dinge, die ich wirklich total liebe, da könnte ich manchmal anfangen zu weinen, wenn ich sie teilen muss. Und das gar nicht, weil meine Eltern mir das irgendwie nicht beigebracht haben oder ich das als Kind nicht machen musste oder auch wollte. Aber es gibt beim Essen so gewisse Sachen, die teile ich nicht gerne. Und eine Sache ist tatsächlich meine vegane Teewurst. Ich weiß nicht, ob du schon mal vegane Teewurst gegessen hast. Ich habe früher sehr, sehr gerne fleischliche Teewurst gegessen, aber meine Ernährung ja schon vor langem umgestellt und dann ganz lange irgendwie auch auf vieles verzichtet natürlich. Und dann habe ich diese vegane Teewurst entdeckt. Die lag da im Regal und ich hatte einfach das Gefühl, über mir geht der Himmel auf und in die Erleuchtung runter und Engel tanzen in meinem Kopf. Und ich habe die in meinen Einkaufswagen gelegt, direkt hier zu Hause einfach gegessen und ich war hin und weg. Und der Marc so, darf ich auch mal probieren? Und ich weiß noch, ich habe diesen Marc angeguckt wie so ein Schocksteurer. Und dann habe ich diese Teewurst geholt, mich mit dem Rücken zum Marc gestellt. Und dann hat er so, du machst es einfach eins zu eins wie die Affen mit den Papayas. Das ist dir schon bewusst. Und ich so, nein. Und er so, doch, denn die Primaten oder die Pavian jetzt vor allen Dingen, die lieben Papayas. Und wenn jemand eine Papaya hat, dann ist das immer so, dass sie sich die Stibitzen und dann mit dem Rücken und dem Popo jemand anderem entgegenstrecken, um heimlich die Papaya zu essen. Und in dem Moment, als Marc meine Teewurst wollte, war es einfach so, ich mich umgedreht habe, so über die Schulter geblickt habe, den Rücken zugewandt. Und einfach, ja, vermutlich eins zu eins wie so ein Pavian im Pavian-Gehege meine Teewurst a.k.a. Papaya verteidigt. Und ja, es gibt so einige Lebensmittel, wo ich wirklich, es mir schwerfällt, die zu teilen. Und bei den Primaten ist das nicht anders. Die teilen auch nicht gerne. Die versuchen sich auch immer, das Beste rauszuholen. Und tatsächlich führt es bei vielen Affen auch einfach echt zu Streit, weil die eine Rangordnung haben und die Rangoberen Tiere einfach zuerst essen dürfen. Und ja, je höher im Rang, desto futterneidiger sind sie. Deswegen sage ich dann immer in Diskussionsgemerk, ich bin nur so futterneidig, weil ich das ranghohe Alpha in dieser Ehe bin. Aber du merkst schon, es ist vermutlich eine weniger liebenswerte Eigenschaft, die ich da mit den Primaten gemeinsam habe. Die zweite Eigenschaft, die vielleicht auch eher zu den weniger vorteilhaften Eigenschaften zählt, ist, dass Primaten eigensinnig sind. Und ich finde es leider Gottes auch. Bei den Pavianen vor allen Dingen ist es zum Beispiel so, dass jeder Pavian einfach unterschiedlich ist. Und ja, jeder hat irgendwie so seinen eigenen Charakter. Und ich habe ja schon so oft von meiner Kiwi erzählt, meiner besten Freundin. Falls du die Folge noch nicht kennst, Podcast Folge 44, auf jeden Fall anhören. Außer du verträgst nicht, wenn Leute heulen. Ich bin immer so berührt, wenn ich von Kiwi erzähle, dass mir Tränchen kommen. Aber auf jeden Fall ist Kiwi ja einfach die frechste Pavian-Dame, die es auf diesem Planeten gibt. Sie klaut einfach alles. Sie ist wahnsinnig eigensinnig. Sie ist frech. Und ich finde irgendwie auch so. Und das ist genau das, was ich an den Pavianen liebe. Denn sie sind wahnsinnig charakterstark. Oder auch an anderen Primaten. Genau das Gleiche bei den Meerkatzen oder bei Kapuzineraffen, mit denen ich schon gearbeitet habe. Irgendwie ist bei mir im Kopf immer nur der Pavian an erster Stelle. Ich liebe es einfach, wie charakterstark sie sind. Und dass sie halt einfach sich selbst immer treu bleiben. Und diese Treue sich selbst gegenüber halt häufig als Eigensinnigkeit beschrieben wird. Denn sie verbiegen sich einfach nicht. Und das ist halt was, was ich wirklich erst in den letzten Jahren gelernt habe, aber dann halt wirklich hardcore durchziehe. Also ich bin, ja, manche würden sagen, wahnsinnig eigensinnig geworden. Ich bin mir halt einfach selbst treu. Und ich habe aber auch schon früher gemerkt, dass ich halt einfach eigen bin. Dass ich halt einfach anders bin und mich eigentlich nie verändern wollte. Sondern diesem verrückten, komischen, verträumten Mädchen, was halt einfach auch super oft ein Außenseiter war, treu bleiben wollte. Weil ich es eigentlich mochte, wie ich war. Und das Gleiche ist es einfach bei den Affen. Und die mögen sich selbst. Und das sorgt halt einfach manchmal dafür, dass sie lieber an Konflikt oder Streit oder Abgrenzung zu anderen als zu sich selbst gehen. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass mehr Menschen ein wenig eigensinniger wären. Dass mehr Menschen ein bisschen mehr zu sich selbst stehen würden. Denn ich glaube, dass wir uns häufig einfach viel zu oft verbiegen, um es anderen recht zu machen, um gemocht zu werden. Aber gleichzeitig kann ich dir auch versprechen, dass so eine gewisse Eigensinnigkeit einfach dafür sorgt, dass man an der einen oder anderen Stelle auf Ablehnung stößt. Dass man an der einen oder anderen Stelle auch auf Kritik stößt. Und dass man tatsächlich auch einfach nicht mit jedem zurechtkommt. Aber ich habe einfach für mich entschieden. Und da waren die Primaten wirklich meine größten Lehrer. Mich muss nicht jeder mögen. Es ist cool, wenn ich mit mir selbst im Klaren bin. Und es ist toll, wenn ich meine Truppe rummich habe, die mich liebt. Und die ist mir auch wahnsinnig wichtig. Und auf die Meinung meiner Familie, meiner engsten Truppe, von den Menschen, die mir wichtig sind, von Marc vor allen Dingen, da gebe ich wahnsinnig viel drauf. Und was sie mir halt sagen, nehme ich mir auch zu Herzen. Aber alles, was außenrum ist, was halt nicht einfach meine Affenfamilie ist, meine Affentruppe, da denke ich mir halt auch einfach, ich bin, wie ich bin. Und mich muss nicht jeder mögen. Und wenn jemand Affen und mich doof findet, ist es in Ordnung. Ich finde auch nicht alle Menschen toll. Und ja, das ist so die zweite Eigenschaft, wo ich erst mal lernen durfte, sie zu lieben. Aber mittlerweile weiß ich einfach, dass das auf meinem Weg eine absolute Stärke ist. Und ich bin so verdammt froh, dass mir die Primaten begegnet sind und dass sie mir genau das nochmal vor Augen geführt haben, dass das eine Stärke und keine Schwäche ist. So, die gruseligen Eigenschaften haben wir jetzt alle besprochen. Jetzt geht es zu den etwas Schöneren. Und ich habe ja gerade schon angesprochen, dass die Familie wichtig ist. Und wie ein Primat, also auch wie du Familie definierst, hängt ganz von dir ab. Denn ich habe ja schon in einer Podcast zwar gesprochen, dass Primaten auf verschiedene Arten und Weisen zusammenleben. Und es passiert entweder ein Pärchen, das passiert in Gruppen mit einem Männchen vielen Weibchen, einem Weibchen vielen Männchen, in großen Gruppen mit vielen Weibchen vielen Männchen oder eben allein lebend. Und das sind verschiedene Vor- und Nachteile. Und ich habe auch für mich festgestellt, dass ich einfach zu den Primatenarten gehöre, die auf der einen Seite super in diesem monogamen Verhältnis leben, das heißt mit einem Partner, aber trotzdem auch den Rückhalt des größeren Ganzen brauchen. Und diese Beziehung zu pflegen, neben der Beziehung zu sich selbst, auch diese Beziehung zu diesem Backup, und das ist in meinem Fall Markt zu pflegen, ist für mich wahnsinnig wichtig. Und das habe ich auch von den Primaten gelernt. Denn die Primaten pflegen ihre Familienangehörigen, die Primaten achten auf ihre Familien, die ehren die, die halten zusammen. Und da kommt nichts dazwischen. Die Familie ist einfach alles, weil die Tiere wissen, dass sie ohne ihre Familie nichts sind, insofern, dass sie ohne ihre Familie nicht überleben. Und ich bin mir mittlerweile auch ziemlich sicher, dass gesunde Beziehungen einfach dazu gehören, wirklich glücklich und erfüllt zu sein. Und ja, da wirklich anzuerkennen, dass man da dran arbeiten darf, und dass man da Energie und Liebe rein investiert. Und dass das nicht selbstverständlich ist, das ist einfach was, was ich mir abgeschaut habe. Denn ich beobachte ja ganz oft Primaten. Und so viel Zeit am Tag verbringen sie damit, zum Beispiel ihre Liebsten zu lausen. Und das ist einfach eine Form von denen, von Zuneigung, von Zuwendung, von auch Anerkennung. Das heißt, sie nehmen sich einfach die Zeit, ihre Partner, ihre Truppe zu pflegen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Zeit nehmen wir uns denn, unsere Partner zu pflegen? Und das heißt jetzt nicht zu lausen, aber ihnen einfach was Gutes zu tun. Und ich sehe bei den Affen, dass da so starke Beziehungen entstehen können, weil sie einfach sich aktiv am Tag eine Stunde manchmal Zeit nehmen, um nur da zu sitzen und nur den Partner, die Partnerin, die Kinder zu pflegen. Also einfach nur eine Stunde lang wirklich Liebe zu geben, in voller Aufmerksamkeit, in voller Präsenz. Und ja, das ist wirklich was, was ich gelernt habe, wie wichtig es einfach ist, auf die Familie, auf die Truppe Rückhalt zu geben. Und was ich halt wirklich lebe, denn für mich war Marc schon sehr, sehr lange ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich war, habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, etwas länger an Marc verliebt, bevor wir zusammenkamen. Und trotzdem einfach festzustellen, es ist nicht nur diese wichtige Beziehung, es ist einfach auch diese Pflege der Beziehung. Und ich habe das tatsächlich ganz automatisch gemacht, indem ich immer jeden Monat Liebesbriefe schreibe oder Dates organisiere. Aber mir war das einfach gar nicht so bewusst, dass das nicht normal ist. Bis Marc einfach ganz irritiert war, dass ich da am Anfang alle paar Wochen und Tage Liebesbriefe auf den Tisch gelegt habe. Und das Schöne ist mittlerweile, oder eigentlich hat das nicht lange gedauert, irgendwie nach den drei ersten, drei Liebesbriefen hat er dann auch so geschrieben. Ich hatte zwar noch nie einen Liebesbrief geschrieben, aber ich dachte, ich reibe jetzt mal zurück. Und mittlerweile ist es bei uns zu einem täglichen Ritual geworden, einfach Gefühle auszudrücken, den anderen zu pflegen, den anderen in den Arm zu nehmen, den anderen anzuschauen. Auch das ist ein verdammt wichtiger Punkt. Und diesen Rückhalt, diesen Backup und diesen Zusammenhalten mit der Truppe ist wirklich eine andere Sache, die mich und Marc wahnsinnig ausmacht. Die vierte Sache ist, ich bin amperlustig. Und das sind Primaten tatsächlich auch. Alles, was sie irgendwie sehen, alles, was sie irgendwie erkunden, muss ausprobiert werden. Wenn da irgendwo was rumliegt, dann muss daran erst mal geschwungen werden. Oder wenn sie irgendwie ausbrechen können, wollen sie ausbrechen. Wenn es irgendwelche neuen Bäume gibt, müssen die erklettert werden. Und genau so geht es mir auch. Ich liebe Abenteuer. Ich liebe Dinge zu erkunden. Ich liebe neue, keine Ahnung, Gewässer zu betauchen, neue Routen zu gehen hier in unserer Umgebung, neue Tiere zu entdecken. Und Abenteuer sind einfach, das, was mich lebendig hält, nach draußen zu gehen und irgendwie das Gefühl zu haben, die Welt ist ein Abenteuerspielplatz. Und genau so geht es den Primaten auch. Und wann immer wir mit ihnen wirklich auf Baboonwalks gehen oder die Wörbets zum Beispiel rausholen, die Meerkatzen, Wörbets sind Meerkatzen, es ist einfach so, dass sie die Welt zu ihrem Abenteuerspielplatz machen. Und genau das kann ich auch. Und das ist wirklich was, wo Marc manchmal vermutlich, ja, sich denkt, wie kann sie das denn jetzt einfach, wie kann sie jetzt gerade so hier abgehen, obwohl da einfach nur ein Fleckchen Wiese ist. Aber ein Fleckchen Wiese reicht, um Abenteuer zu erleben. Und wirklich, das ist eine meiner, glaube ich, mit größten Gemeinsamkeiten mit diesen Tieren, dass ich einfach das Abenteuer immer und überall sehe und auch suche und es auch einfach liebe und mich dann kopfüber rein stürze und gar nicht genug davon bekomme. Und das leitet auch schon direkt zu unserer letzten Gemeinsamkeit über meine Begeisterung. Ich bin einfach begeistert von allem. Und das ist wirklich, das ist ganz witzig, weil wir waren mal gemeinsam auf einem Baboonwalk, Marc, die Affen und ich und andere freiwilligen Helfer und ich saß dann einfach da mit den Affen und habe genauso wie sie den Boden erkundet, die Steine, die Blätter, das Wasser und Marc sagte einfach nur, das Einzige, was dich unterscheidet, ist, dass du anders aussiehst, dass du größer bist, dass du Klamotten trägst und dass du nicht ganz so behaart bist, aber ansonsten vom Verhalten her eins zu eins. Und es ist einfach so, ich begeister mich für so viel. Letztens war Marc und ich spazieren und dann lag da einfach eine Nuss auf dem Boden und ich habe diese Nuss geholt und dann habe ich so Marc in die Augen geschaut. Das ist auch immer ganz wichtig, übrigens Verbindung aufzubauen. Aber ich glaube, ich habe das eben schon gesagt. Auf jeden Fall, wenn du einen Partner hast oder Kinder hast, schau ihnen immer in die Augen, jeden Tag. Das setzt Bindungshormone frei und das sorgt einfach dafür, dass man sich immer wieder neu verliebt. Und das kannst du übrigens auch bei dir machen im Spiegel. Morgens dir selbst in die Augen schauen und ich habe diese Nuss aber aufgehoben und habe ich Marc angeschaut und mit der Nuss gewackelt und sie ihm einfach zugeworfen. Und das ist es einfach, diese Begeisterung für alles, was da ist, sei es Gras, sei es Nüsse, sei es Tiere, sei es die Natur und wirklich anzuerkennen, wie viel uns die Natur bietet. Und ich habe das schon so viel von den Primaten gelernt, die mit allem spielen, seien es Stöcke oder Steine oder Nüsse oder irgendwelche Früchte, die herumliegen. Es ist einfach die Begeisterung für alles und ja, das ist wirklich was, was mich mit ihnen verbindet. Und bei mir geht es einfach über die Natur hinaus. Bei mir geht es auch einfach in die Organisation, in das, was ich tue, in das, was ich machen will. Nur dadurch, dass ich von so viel so schnell begeistert bin und so viel Liebe in alles reinstecken kann und diese Begeisterung auch nie endet, weil wenn ich mehr Begeisterung brauche, gehe ich einfach eine Runde um den Block spazieren, sehe irgendwas, was ich cool finde und bin einfach wieder irgendwie in diesem State of Neugierde, Begeisterung und Freude und tanke einfach auf. Und das ist, glaube ich, meine Eigenschaft auch, warum mir meine Energie am Ende nie ausgeht, weil ich immer wieder irgendwas draußen sehe und erkenne, was mir Energie schenkt. Und das ist das, was ich auch bei den Affen sehe, die bei uns traumatisiert oder verwundet oder auf irgendeine Art und Weise halt zu uns kommen. Du kannst einem Affen das Herz brechen, aber ich habe doch keinen Affen gesehen, der wirklich seine Begeisterung verloren hat und meistens ist es auch diese Neugierde, die sie irgendwann aus ihrem Schneckenhaus wieder rauslockt und zu den wilden frechen Tieren lernen lässt, die sie sind und das vereint uns. Das vereint uns wirklich. Wow. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese fünf Dinge gefallen haben, diese fünf Eigenschaften von mir. Ich finde es irgendwie auch ganz witzig oder ganz schön, manchmal ein bisschen was von mir zu teilen, einfach damit du auch weißt, wer ich bin, was ich mache. Natürlich ist Social Media Social Media und das ist alles cool und schön, aber es sind alles irgendwie Bilder und ich habe immer das Gefühl, dass man trotzdem noch gar nicht so genau weiß, was für eine Person, was für eine Persönlichkeit hinter diesen Bildern steckt und ja, hoffe einfach nur, dass du so das Gefühl hast, oh, da kann ich mich mit mich identifizieren oder da ist die komisch und dass man einfach noch eine ganz andere Verbindung zueinander aufbaut, sich auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt. Deswegen freue ich mich auch wahnsinnig, wenn du mir in den Post zu heute einfach in die Kommentare schreibst, ja, welche der fünf Eigenschaften auf dich zutreffen, ob du auch futterneidig bist oder ein Familientier, ob du begeistert bist, Abenteuer liebst oder eigensinnig dich einfach vorstellst, damit auch ich dich kennenlerne, denn irgendwie ist es für mich so, ich nehme das immer auf, ich quatsche das immer runter, ich sitze hier immer auf meinem Sofa oder auf meinem Büro und strahle vor mich hin, aber ich weiß ja gar nicht, wie es dir dabei geht, wenn du die Podcast-Folge hörst. Deswegen freue ich mich über Feedback und falls du Zeit und Lust hast, freue ich mich wirklich wahnsinnig über eine Bewertung auf iTunes. Es ist einfach wichtig, du weißt es und ich weiß auch, dass es lästig ist, aber es sind nur zwei Minuten und ich bin jetzt mal so eigensinnig, dir damit nochmal auf die Nerven zu gehen, einfach damit der Podcast wirklich ganz, ganz viele Menschen erreicht und ja, hoffentlich mehr Menschen dazu bewegt, sich mit Tier- und Artenschutz auseinanderzusetzen, vielleicht mal freiwilligen Helfer zu werden oder einfach für die eigene Tierart, die irgendwie das eigene Herz berührt, einzustehen, denn es kann nicht genug Tierschützer auf dieser Welt geben und vielleicht bist du im Herzen kein Affe, sondern ein Elefant oder eine Schildkröte oder ein Wolf und das ist cool, denn all diese Tiere brauchen auch Tierschützer da draußen, das heißt, ich spüre auch super gerne in dich hinein, für welche Tierart dein Herz schlägt. Ansonsten, ja, bleibt mir jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, außer wirklich, ist es schön, dass du hier bist, ich freue mich, ich freue mich von dir zu lesen auf Instagram und jetzt wünsche ich dir einfach nur einen wundervollen Tag, sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi. Bis zum nächsten Mal.